Der Hauptkomplex befindet sich unterhalb des Kamms. Wenn wir Beweise finden wollen, dass Nova 6 als Waffe eingesetzt wird, werden sie dort sein. Kilo 1 nähert sich dem Ziel. Verstanden, Big Guy. Wir gehen rein. Kilo 1, Sie haben mir Ihre Ziele unterwegs zur Bruchstation. Verstanden, Big Guy. Hudson, wir dürfen kein Aufsehen erregen. Die Armbrust einsetzen. Wenn es heiß wird, ist die Streckstoff. Ein Ziel patrouilliert außerhalb des Schuppens. Zwei weitere im Innern. Noch zwei beim Trakt zu unserer rechten. Noch eine auf dem rechten Portalkran. Okay, vorwärts. Kilo. Zwei Ziele sind gerade in den Generator raus. Verstanden, Big Guy. Auf die Scharniere schießen!